Hallo, ich habe gerade ein Unboxing-Video gedreht, aber ich war heute früh auch einkaufen, bei Rossmann natürlich. Und ich wollte euch die Highlights dieser Woche zeigen. Also es ist ein Mini-Haul, ist nicht viel, inklusive Haushalt. Ja, es gibt noch viele, viele tolle Angebote, also wer Tiere hat, Katzen und ja, ich habe keine. Ich habe eine, aber die ist in Rumänien, die liebe Zizi, meine kleine Mitzekatze und ja, ich zeige euch gleich, was ich mir geholt habe und ich sage euch, ja, vom Preis her, wo ihr zu schlagen kann. Diese Tücher benutze ich als Kosmetiktücher, als zum Nasenputzen, zum alles. Also die sind die besten meiner Meinung nach, 100 Tücher, 89 Cent, die sind dick, also ich kaufe keine Kosmetiktücher, nur wenn ich die zum Testen bekomme oder so, sonst, wir haben immer eine im Schlafzimmer und eine hier im Wohnzimmer. Also die sind die besten, die sind reißfest und wie viele Lagen steht nicht drauf, glaube ich, dreilagige, aber echt reißfest und groß. Also die sind nicht wie die Kosmetiktücherboxen, so klein. Die sind echt, 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 echt geil. So, dann, Feri gibt es im Angebot für 99 Cent und in die Rossmann App, also auf MyDeals, ich verlinke euch die Playlist. Ich verlinke euch, wo ihr die Coupons einscannen könnt und mit der Rossmann App benutzen und dann bekommt ihr Feri für 49 Cent, weil es gibt einen 50 Cent Coupon. Deswegen, Feri finde ich großartig, dürft ihr den mit. Ja, Garnier Skin Active mit Zellenreinigungswasser All-in-One Waterproof für 100 Milliliter gibt es aktuell bei Rossmann für 2,99, also alle mit Zellenwasser gibt es für 2,99. Die habe ich noch nicht getestet, weil, ja, alle haben die irgendwie, ich habe die überall gesehen, alle haben die bekommen, zugeschickt bekommen, ich nicht, bin zu klein. Na ja, das kann man machen, aber für 2,99 musst du die unbedingt mit, weil, ja, ich will das auch testen. Das kann man machen. Was habe ich mir noch mitgenommen? Ja, genau, die Tutankhamun Maske, die ich liebe, die gibt es für 49 Cent oder 39 Cent. Die gibt es bestimmt im Angebot, also alle Schäbensmasken und die kann ich euch empfehlen und die ist leider limitiert. Ich hoffe, die kommt irgendwann ins Standard-Sortiment. Ich habe noch 10 Backups, also jetzt insgesamt 12. Verrückt, ich weiß. Diese Maske, die ist noch gültig, die gibt es bei Rossmann, also die Apre-Maske von Sanuzon. Ja, irgendwann kommt auch der Sommer, die ist noch gültig bis 7.2017, also ich habe 1,5 Jahre die auch zu brauchen. Gibt es für 20 Cent reduziert, deswegen habe ich die letzten zwei genommen zum Testen, warum nicht. Sommer kommt, wie gesagt, und irgendwann werde ich wahrscheinlich eine Stunde in der Sonne irgendwie liegen oder, ja, spielen. Für meinen Hals dürften Salbei Bonbons mit Vitamin C mit. 20 Stück 79 Cent. Es ist nicht viel, habe schon gesagt. Diese beiden Nagellacken müssten mit, weil ich solche Farben einfach nur liebe. Es ist die Farbe Love Me Like You Do und You & Me. Und Love Me Like You Do, es ist ein Dupe zu einem Nagellack von Sally Hansen. Ich habe ein Bild auf Instagram gepostet. Ich werde euch auch einblenden, ein Bild mit beiden Nagellacken, also ja, dass ihr seht. Und die Farben finde ich großartig. Also, ich könnte mir, ja, 10 davon kaufen. Großartig. Die gibt es nicht im Angebot, aber ich müsste die haben. Und diese Woche gibt es Persil in, äh, Persil, Per Wohl im Angebot. 1,5 Liter, was ich gut finde, weil die anderen, äh, wie heißen die, äh, Weiß, Riese und Co., die wiegen 0,900, etwas Milliliter. Gibt es im Angebot für 2,99 und auf MyDeals, also ich verlinke euch die Liste, wo ihr diese Coupon einscannen könnt. Es gibt ein Rabattcode für 1 Euro. Deswegen kauft ihr das mit 1,99 und wenn ihr noch 10% dazu habt, dann 1,79. Und ich finde es toll. Es ist die, es ist was Neues. Per Wohl Care & Repair reduziert Fuseln und Peeling bis zu 80%. Naja, keine Ahnung, ob es das so ist. Riecht sehr gut. Sehr, sehr gut. Frisch. Ja, wie fast alles. Und ja, das ist mein, äh, eigentlich diese beide. 1, 2, 3 sind meine Top-Empfehlungen für diese Woche. Und wenn ihr auch die Masken bei euch reduziert finden, ja, ihr könnt die probieren. Die gibt es wohl alle, äh, Sun, Sonnenschutz, Cremes, Dings, Pumps gibt es. Also, ja. Das ist meine Empfehlung für diese Woche. Wie gesagt, ihr findet noch mehrere, äh, Coupons zum Einscannen, äh, in dieser Liste, was ich euch, äh, unten in die Infobox, 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 Infobox verlinke. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.